Umgesetzt hat es vorhin, ne? Oh lol, okay. Also er hat das auch so mit Teams gemacht, ne? Die eine Seite geht hier links rein und die andere Seite geht hier rechts rein, okay. Und wie funktioniert jetzt aber das Tauzin-Spiel? Ah, okay. Heal your teammates in defeat opposing team. Oha, das ist ja übel schlau. Also ihr seht, ne? Beide stehen in dieser Hotzone drin und man muss es einfach schaffen, sozusagen, durch Teamwork im Prinzip länger zu überleben als das andere Team. Das ist eigentlich saugeil nachgebaut. Richtig Tauzin geht ja nicht nachzubauen, aber das ist übel nice gemacht. Und so dann immer wieder reinjumpen und immer wieder seine, mit seinen Mates auf jeden Fall, ne? Schaffen mehr Prozentzonen als die anderen. Übertrieben nice. Lol. Okay, das ist echt Spiel Nummer 3, Tauzin. Wir sehen es auf jeden Fall. Man darf natürlich nicht die Ulti verwenden, um alles kaputt zu machen. Also zwei Healer und Frank. Coole. Ist auf jeden Fall nice nachgebaut, muss ich sagen. Mal schon, wer hier gewonnen hat. Oh, f***.